hey leute und willkommen zu einem neuen video ich sehe gerade ich gehe ins minus aber so richtig ich habe gerade mal ein bisschen das budget angehoben für medizin denn die motzen da alle rum dass ein verstorbener abtransportiert werden muss und so viele häuser wieder verlassen sind unfassbar irgendwie ich mache immer noch minus alter nee warum mache ich denn jetzt minus bitte lass mich plus machen bitte warum mache ich jetzt minus das ist jetzt mache ich wieder plus ok oder minus oder plus minus plus jetzt minus ich habe halt warte wie steht es mit müll müll ist bisschen bisschen ausreichend die kosten sind natürlich enorm gestiegen also wenn man sich das mal so anguckt wenn ich das alles sinken senken würde dann würde ich auch viel 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 verdienen nur ich weiß halt nicht wodurch verdient man in city skylands geld ich glaube nur durch industrie und büro also durch steuern und sowas stimmt apropos steuern man kann die grundstück steuer anheben für büro industrie und den ganzen scheiß lassen alle alle ok irgendwie wegen arbeitermangel die häuser und sowas ok jetzt verdiene ich wieder was wo ich habe gerade ein streck in den schrecken bekommen dass ich auf einmal runter gegangen bin wenn man sich das mal so anguckt überall ist 10 ok 10 scheint normal zu sein weil ich habe die steuern ja noch gar nicht geändert ich mache jetzt alles mal auf ja 11 dann kriege ich halt richtig geld ok ich verdiene durch die steuern geld deswegen so verdienen so verdient man da geld ok kann ich ein neues grundstück kaufen ich weiß dass ich 55.000 schon erreicht habe eigentlich müsste ich doch ein neues grundstück kaufen können ok anscheinend doch nicht die haben scheiße die haben hier alle arbeitermangel arbeitermangel in denen sich neu ankündigen warte nicht genügend arbeiter sorgen sie dafür dass freie wohngebiete dass es freie wohngebiete gibt in denen sich neu ankündige in der stadt niederlassen können ok das ja aber ich habe ja wohngebiete und wohngebiete werden ja nicht gefordert liegt es hier vielleicht an der straßen anbindung dass sie nicht pünktlich kommen und sowas alles das denke ich nämlich mir mal eher das denke ich wirklich eher als dass ich neue wohngebiete machen muss in welche richtung fahren die denn jetzt ja die fahren nur in die ok und in welche richtung fahren die hier ja ich mach das halt jetzt nur in eine richtung extra naja die müssen da rein fahren und hier dürfen sie nur raus fahren hallo hallo ja das ist doch nur ein in welche richtung fahren die denn hier ja das ist doch richtig alter was passiert hier gerade in welche richtung hallo kannst du mir mal anzeigen in welche richtung man hier fährt und diese scheiß geräusche nerven danke ja das spiel zeigt mir halt nicht in welche richtung man hier fährt also die fahren hier anscheinend in die richtung der kreisverkehr ist doch komplett falsch rum alter da war gerade irgendwie ein sound bug hier war gerade schon wieder einer hä was was passiert denn hier in welche richtung fahren die denn also das verstehe ich gerade irgendwie nicht so ganz warte mal da standen standen gerade pfeile jetzt fahren die hier in die richtung okay das ist ja eine einbahnstraße oh verbindung hergestellt ja interessiert mich nicht viele sound bugs oder soll ich sollte ich das unterbrechen hier warte ich reiß die straße mal ab vielleicht geht es dann besser geht das jetzt besser ja anscheinend das fließt irgendwie flüssiger ich kann ja mal versuchen ob ich hier so eine straße dahin bauen kann damit die eher da lang fahren äh komm zwischendurch ist es doch blau fahren die jetzt auch da lang ja dann könnte ich eigentlich die hier abreißen oder ne ich verteile den verkehr bisschen dann kann man hier nämlich in die richtung fahren ja das passt ein bisschen besser oder wie sieht es denn jetzt hier aus hier kann man jetzt ah habe ich hier irgendwie die falschen straßen hingebaut oder auf jeden fall ne das sind ja dieselben eigentlich nur die ist was breiter kann das sein die ist anscheinend was breiter ja okay ähm hier die muss ich umdrehen ist das gefälle zu steil okay dann muss ich mal kurz die auffahrt abreißen jetzt hat die natürlich keinen autobahnanschluss alter dieser diese ganzen sounds hier nerven irgendwie bisschen bisschen aber nur hier das ist ja eine auffahrt oder ja das ist ja eine auffahrt und ah diese sounds kannst du mal bitte aufhören danke hier fährt irgendwie kaum einer ab warum staut sich das denn hier das interessiert mich jetzt mal ja da baue ich dann nur ner abfahrt hin dann sollte das auch wieder flüssiger gehen aber in welche richtung fahren die hier nur nach ja jetzt können die nach rechts und nach links ja und dann mach ich hier nur ner auffahrt oder wie ne abfahrt was soll ich denn jetzt hier machen ich weiß nicht warum staut es sich denn da ja das ist halt das problem das ich vorher nicht überlegt habe da hab ich ja eher nur so große straßen hin gebaut und jetzt klappen natürlich auch die ganzen buslinien nicht mehr die sollen halt nur hier eigentlich in eine richtung fahren damit das bisschen flüssiger läuft und mit den ganzen zwischenstraßen ist das auch ein bisschen doof im Plan jetzt fahren die ja nur ja wenn ich die umdrehe fahren die dann hier flüssiger ab die verbessern dann können die nur so okay die auch wieder umdrehen und ja jetzt drehen die sich so gesehen im Kreis irgendwie läuft das flüssiger nee das staut sich das immer noch oder ja aber nicht mehr so ganz stark das ändert sich jetzt nach und nach denke ich mal und hoffe ich auch äh jetzt kommen die natürlich nicht von der Seite auf die Seite das heißt ich lass das lass soll ich das so lassen das ist doof eigentlich die Planung war recht gut dass ich so zwei große straßen dahin baue ich hätte die auch direkt in eine richtung machen können unterschiedlich aber ich find's gut dass ich hier zwei straßen hab weil ja jetzt kann ich das so machen wie ich das gerade tue ja hier kann ich eigentlich jetzt auch eine Einbahnstraße machen war ja so gedacht ja so staut sich das jetzt da immer noch nee nicht mehr so das find ich gut dann baue ich hier nur eine Abfahrt hin ja dann baue ich da nur eine Abfahrt hin klappt das so eigentlich ja sieht doch gut aus das das was mich aber stört ist dass die ganzen ganzen verlassenen Gebäude da sind auch hier wegen Arbeitermangel wie sieht's denn jetzt hier aus staut sich das hier extrem nee nicht direkt nur hier halt weil ich hier Zwischenstraßen gebaut habe staut sich das ja ok mal schauen da kann man so abfahren ähm hier soll man nur auffahren ja nur auffahren ja passt doch aber jetzt ist das hier natürlich nicht so prickelnd dann ah das ist doof eigentlich wollte ich jetzt ein anderes Video aufnehmen also schon das Spiel hier aber was anderes tun äh alter was ist heute los mit dem PC oder so warum kommen hier immer diese Soundbugs aber klappt der jetzt nicht so gut ok ach da hab ich so eine Autobahn hin gebaut ok ah ey kann der mal aufhören sich da irgendwie neu zu verbinden das äh ist doof wenn das im Video da aufploppt und hier baue ich lieber mal eine normale Straße hin denn Autobahn ist irgendwie ein bisschen doof finde ich und da auch eine normale Straße ja ah da staut sich das aber das ist ja ok ah hier staut sich was na Kreisverkehr kann ich auch ein bisschen was groß großzügiger gestalten denke ich mal ah da klappt das irgendwie nicht so richtig aber ist ist ja da noch nichtmals schlimm die wollen alle auf die Autobahn ok ja vor allem das ist das ist hier dreispurig drei warum besetzen die nicht alle drei Spuren hier hier tut ja boah dieses dieses Spiel haben wir kurz Menü kurz speichern und jetzt kann es weitergehen ich glaube das ist ein Problem man könnte ja mal überlegen darüber ob man ist hier eine Autobahn ne die Autobahn beginnt erst da ob man äh wo ist es ah da ist Autobahn ob man nicht von hier aus eine eine kleine Strecke nach rechts ab und von da aus dann hier drüben auf die Autobahn geht denn das ist ja eigentlich dieselbe Strecke nur halt ein bisschen mehr Autobahn fahren vielleicht nehmen sie es ja an hoffe ich auch doch mal ja jetzt habe ich da auf jeden Fall mal eine Strecke gebaut nur ich glaube nicht dass es annehmen werden das ist eher so die Sache die fahren nämlich hier rüber auf die Autobahn ja und fahren dann von da aus in die Stadt ist ja auch richtig was ist denn wenn man direkt von hier aus ne hatte ich das nicht schon mal von hier aus direkt äh eine Abfahrt in die in die Ortschaft rein hatte ich das nicht sogar ähm dann gehen wir mal da runter und verbinden uns da dran nehmen die das an warum fahren die denn jetzt alle da lang äh die fahren aber was schneller als normal ja jetzt habe ich das bisschen größer gebaut das habe ich jetzt geplant was größer gebaut okay hier kann ich es nicht machen damit die auch die Spur zum Abbiegen nutzen können warum läuft das denn jetzt so flüssig ich habe doch gar nichts irgendwie lol paar Autos benutzen da die Auffahrt ja sie benutzen sie natürlich nicht alle mal gucken wohin fährt der denn der blaue PKW da der stellt sich da an okay das heißt die die wollen da rüber guck mal jetzt staut sich das da wieder okay aber das ist doch dieselbe Strecke eigentlich ah nee warte mal hier geht es nur in die Richtung okay das heißt da ist nur eine Auffahrt deswegen lehnen die das ab okay gut zu wissen dann drehe ich das nämlich nutzen jetzt Leute die weil dann kommen sie ja auch dahin naja dauert wahrscheinlich ein bisschen bis das angenommen wird aber ich finde es schön dass manche hier die die Straße benutzen auf die Autobahn ja finde ich wirklich gut okay aber nicht so richtig viele das ist mir ich weiß nicht das stört mich irgendwie dass hier durchgehend Stau ist weil die hier alle rein wollen was hält die denn die hält das auf dass hier überall ah ich weiß nicht was kann man hier ändern ich rede irgendwie nur über Stau momentan nur Stau 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 Problem dadurch dass ich glaube ich hier was ein bisschen vergrößert habe die ist das flüssiger aber wenn man sich das so anguckt die können hier nicht so richtig gut drauf fahren das heißt da muss ich noch mal kurz gucken vielleicht kann man irgendwie ja ich mache hier auch mal die Brücke weg ja guck mal so sieht die Brücke ja auch nicht so schlecht aus außer dass sie falsch rum ist ja jetzt jetzt ist es richtig okay jetzt fahren die im Kreis okay interessant jetzt fahren die auf jeden Fall da schon mal ab jetzt ah so kann ich auch bisschen Stau also klar jetzt staut sich das hier natürlich an aber dann habe ich den Stau bisschen verringert da ähm muss ich aber mal kurz gucken ne also momentan mache ich ja plus beschweren tut sich ja keiner okay ist gerade aufgefallen hier kann man ein paar Parks hinbauen ja ist mir gerade aufgefallen so bisschen glücklicher gemacht dafür aber ein paar Geschäfte abgerissen die eh scheiße sind ähm aber dann gucke ich was wollte ich denn jetzt gucken ähm ja hier wegen den Regeln äh allgemein will ich mal gucken Besteuerung Stadtplanung Hightech Fördern des Radfahrens bla 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 äh ziehen die meisten Bürger das Rad vor dem Auto ja richtig sollen sie machen denn das ist mir zu viel Verkehr hier Altstadt in diesem Gebiet können nur Anwohner und Geschäfte Motorfahrzeuge benutzen und äh in diesem Gebiet können nur Anwohner und Geschäfte ja aber was dann mit den Kunden die müssen dann laufen oder wie Hochhausverbot Verbot für starkes Verkehrsaufkommen Schwere sind nicht gestattet hat keinen Einfluss auf Autobahnen das ist gut aber schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet ich weiß nicht ob das die Industrie gut tut muss ich mal hier gucken kann ich das jetzt extra hier einzeln noch ausstellen ja kann ich das ist gut und hier werde ich das auch ausstellen was habe ich denn hier angemacht Rauchverbot Haustierverbot ja warte mal Haustiere sind in Ordnung aber Rauchen äh Rauchen ist eigentlich auch okay aber habe ich mal ausgemacht interessant wie sieht es hier jetzt aus ändert sich das jetzt mit dem Stau ich hoffe mal benutzen da denn überhaupt Leute die Abfahrt ja Müllwagen wow okay ein Auto das fährt links achso das hält da okay aber ich weiß nicht wenn die hier rechts abbiegen zum Beispiel ähm wenn das mal einer tut die fahren nur geradeaus irgendwie okay interessant ach das steht jetzt steht eine Ampel na okay warte ich dreh das hier mal wieder dann steht hier ja keine Ampel mehr oder nee hier steht keine aber hier steht wieder eine Ampel die Auffahrt die ist ja recht in Ordnung da staut sich dann nicht viel aber die Abfahrt da hat sich halt viel gestaut und wenn ich weiß nicht ob die damit zufrieden sind wenn wenn man hier nee dann habe ich ja wieder eine Auffahrt dann staut sich das hier ja wieder äh das ist äh wie gesagt die Planung von mir ist glaube ich nicht schlecht aber nicht gut aber auch nicht gut nicht schlecht nicht gut ich weiß nicht irgendwie weil hier staut sich das an und kaum einer benutzt hier die Autobahn Auffahrt weil das natürlich auch eine Autobahn ist fahren die da rum weil es ein bisschen kürzer ist aber naja da staut sich das jetzt auch wieder an jetzt habe ich da ja extra so eine Abkürzung gemacht was wäre wenn geht das wenn man äh kann man hier drunter herfahren nee nicht möglich wenn ich so oft noch eine Abfahrt baue dann kommen die ja so direkt ins Industriegebiet rein also Bürogebiet Geschäftsgebiet nee nehmen sie nicht an noch nicht ich hoffe mal das tun sie irgendwann also da fahren sie ja schon rechts ab um da rein zu kommen aber hier steht jetzt auch ja da steht eine Ampel deswegen vielleicht aber wenn wenn ich warte mal kurz das sind ja große Umgehungsstraßen mal schauen nee das ist ja extra geplant dass die hier runterfahren können um da rein zu kommen aber 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 wenn wenn man das hier jetzt umdreht ich hab das ich hab das doch jetzt nur umgedreht ist die Ampel jetzt weg ja hier steht jetzt immer noch eine Ampel wegen der Straße hier okay jetzt fahren die alle hier über die kleine Straße okay interessant dann verbessere ich die mal welche Richtung fährt man jetzt hier da ist ja richtig die Richtung jetzt staut sich das da an warte da fahren sie natürlich jetzt nee boah ey heute ist ein Tag mein PC ist am rumspacken dann funktioniert das nicht und das nicht dann mach ich hier Fehler und da Fehler irgendwie am besten sollte ich ah lol 20 Minuten schon aufgenommen nur mit dummen dummes Zeug labern so wie ich grad das getan habe ja warte mal wenn das hier ist ja das ist ja nicht nur eine Auf- und Abfahrt sondern das das ist ja direkt da geht es ja direkt zur Autobahn was ist wenn ich zur Autobahn eine Autobahn baue ja vor allem ich habe ja eingestellt großes Verkehrsaufkommen verhindern ja was passiert hier fahren immer noch tausende von Autos lang auch gut hallo ich will hier eine schöne Auffahrt haben keine 087 Auffahrt die irgendwie ich beschwere mich jetzt mal nicht ist mir auch egal benutzt wahrscheinlich eh keine Sau die Straße hier ne sag ich doch benutzt keiner wenn ich hier verbessere ich verbessere aber nur hier dass es hier eine Autobahn ist da baue ich eine Autobahn rein bringt das was läuft das jetzt ein bisschen schneller weil Autobahn da dürfen sie ja was schneller fahren dann baue ich da auch einfach eine Autobahn nützt ja eh nichts das ist so doof so doof gemacht ähm guck mal hier läuft es jetzt schön flüssig aber dafür staut es sich da an ok mal gucken jetzt läuft es ah jetzt staut es sich wieder da an ok das sind einfach so viele Autos ja 55.000 Bürger hin und her aber dafür habe ich jetzt fast 900.000 Dollar ein Gebäude ist abgebrannt ja hier das Industriegebiet läuft ja und hier habe ich richtig Ausbaumöglichkeiten nur die Häuser sind ja hier verlassen und sowas alles ok das verlassen hat sich gesenkt kann das sein die wurden verkauft oder wieder eingezogen wenn man sich das so anguckt am Anfang des Videos war nur verlassen und alles mögliche hier Industriegebiet ist noch ne ist aber auch besser hier drinnen staut sich das bisschen gefühlt aber ist ja in Ordnung jetzt staut sich das da schon ok obwohl hat es das nicht gerade eben schon ich weiß nicht irgendwie gefällt mir die ganze Sache nicht vielleicht finde ich im Internet ein Video oder so wo erklärt wird wie man das besser machen kann hier staunen sich jetzt auch schon Züge jetzt staunen sich hier schon Züge läuft die fahren hier hin und her hier habe ich auch einen Bahnhof null Passagiere ja hier habe ich schon vorgesorgt aber was kann man da hinbauen da könnte man Industrie oder irgendwie sowas hier habe ich Polizeifolge und Krankenhaus ja aber was soll ich da hinbauen Freiheitsstatue meine Stadt ist dafür nicht gedacht also eigentlich habe ich mir vorgestellt läuft alles flüssig keine Staus ist nix aber wenn man sich das so anguckt Stau 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 ohne Ende ist der leer der ist leer oder ja dann mache ich den wieder an ja okay man könnte hier noch paar Auf- und Abfahrten machen vielleicht senkt man das damit aber ich glaube eher nicht oder die fahren ja das ist doof doof gemacht aber von mir das ist ja irgendwie mein mein verschulden ja mein verschulden ist das ja eigentlich da eine kleine Straße gebaut bringt das was nee eher nicht da kommen sie ja rein die wollen ja da irgendwie warum fahren die denn nicht da gerade aus wegen den Bastarden staut sich das wohin fahren die denn da rein okay ja ach weil das jetzt nur in die Richtung geht okay ah warte dann baue ich ich mach mal hier so obwohl ne die fahren da wahrscheinlich eher wirklich nur auf statt ab aber da ist ja eh eine Ampel durch die Strecke jetzt daher stört das ja jetzt nicht was das denn jetzt verringert sich der Stau hier die können ein bisschen flüssiger fahren fahren dann darum oder links oder die fahren halt geradeaus naja bevor das Video zu lang wird ich schaue mir mal ein paar Videos auf YouTube an und gucke mal wie man das verbessern kann ja und trotzdem danke fürs Zuschauen wer es bis zum Ende durchgehalten hat wirklich Respekt an den und ja dann sage ich bis zum nächsten Mal haut rein Leute ciao